Eingang ist von die Treppen ist eins zu ich dabei Treppen ist nur eins breit, das dachte ich grad aber stimmt geil, du hattest recht ich entschuldige mich so, ich was die will tun, entschuldige mich es ist doch vier hier, oder? ja, es war mein Fehler, ich war dumm so passt, da muss man hier noch schlafen, der ist ja ein Penis ah, da kommt Wasser rein die Idioten hätte doch das erst weg gemacht oh, das war knapp, dass sie die Fakke nicht mitgenommen hat am Runterweg ach, ne, das muss ja bleiben da muss man schauen, dass das richtige Muster, äh, Richtung hat da auch das muss sowieso weg hier ja, das muss man diesmal weit kommen beim Baumalter nachdem, nachdem wir, also wenn wir jetzt hier so hoch sind, dann müssen wir jetzt mal machen, brauchst man nicht höher als das Ding bisher, Tobi jetzt muss man, jetzt muss ich dann mal wieder die Location wechseln sonst wird es zu eintönig, würde ich sagen oder? ja ich höre dann eh auf, demnächst ja, dann machen wir sowieso Pause weil, wir spielen nicht ohne den Meister der Meister bin ich, du bist mein Lakaia, aber ohne Lakaia wird auch nicht gespielt so du musst höher machen, Tobi, deine Dinger mach, bau du schonmal deine Slabs höher, ups Alter, was machst du? wir sollten aufhören, alle in einem Stück zu bauen hör auf, Sammy so so, so, so sehr egal, du wieder Fackeln hin den hab ich ja achso gut, das passt erst mal, Tobi, so ah, das war falsch ja, so lassen wir es auch mal komm mal ab lieber als Hartmuschmann passt höher machen wir es jetzt noch nicht die Treppe in den Tod du musst aber immer weiter laufen und irgendeine schon tot also ja, ich hab's ja geschafft ihr habt's ja geschafft ihr habt's ja geschafft also, oh da verlierst du nur einen neben mhm also, das sieht ganz geil aus, ja, in der Mitte jetzt könnt ihr euch mal anschauen ah, wie ewig du da brauchst, bist du mittleren Stockfisch ja, wir schauen dich das mal von hier oben an das sieht echt gut aus du musst von hier oben schauen, Tobi von wo denn? von wo ja, von dem Loch aus, wo man von den Leitern runterkommt ach, scheiße, da ist ja noch offen wir können auch ein paar Löcher, also so Fenster in den Baum machen ne, ich hab grad ne andere Idee gehabt zwar, wir schließen später mal die Leiten hier nach unten und mal hier so, so ne kleinen Balkone immer rein oder hier mal so das ist auch nicht schlecht, ja dann machen wir dass da so, so wie Wurzeln durch den Baum durchgehen dass du durch die Wurzeln auch noch gehen kannst wir müssen die Seite ja eh noch wegmachen hier da geht's ja ganz hoch gleich, hier auf der Seite ja das ist ein Ding, da geht's von ganz unten bis ganz hoch und es gibt keine Zwischenebene es gibt nur immer aus dem aus dem Mittelding gibt's so Ausgänge wo so rüber in so Brücken und da ist dann immer so ne Wohnung immer so weit oben du hast ja jetzt eigentlich ganz genau in die Mitte gebaut, oder? ja also auch auf die Eintracht hier gut ich mein schon sieht cool aus auf der Minimap ich hab nicht drauf geachtet, aber du hast nicht drauf geachtet, du hast nicht abgezählt, oder so ne ich zieh mal kurz ab ne stimmt auch nicht ganz das ist, der ist ein bisschen weiter da drüben aber das ist egal der ist total scheiße der ist mehr in der Richtung ja doch, ok ja ja, das ist sind zwei Bicke das ist, weil der Ausgang so da ist sind zwei Bicke, der Unterschied also eins, eins eins nach drüben hast ja, das ist betreffend zwei versetzt zwei versetzt sind's ne, eins, weil du hast ja also wenn du das eins mehr drüber gesetzt hättest, wär's ja auf der einen Seite eins mehr auf der einen, eins weniger warte hab ich nicht zwei ja, wenn du zwei ja, wenn du zwei doch, zwei eigentlich ja, wenn du das eins rüber versetzt, dann geht ja auf der einen Seite gibt's plus eins auf der anderen minus eins nein, hab ich gedacht, ich hab's vier Dinger falsch, ne hast du mehr was zu essen, ich hab nur ein Leben ja, warte regenerieren nicht hier hast du paar Karotten ja, hier oben sieht man es halt genau da wie es ist ich bin hinter dir und guck, mein Plan war jetzt hier dir das alles noch rauszumachen hast du gekommen, oder hast du den Chubis aufgesagt hab ich, hab ich kaum sechs Stück okay okay äh, was ist dein Plan? Martin, guck mir mal das hier alles noch rauszumachen und dann machen wir hier drüben, machen wir das auch noch kleiner das Wasser, dass hier nur so ein kleines Ding rein ist und der Baum geht von ganz unten bis ganz oben und man kann, bei dem Ding kann man immer hier rausgehen durch so Türen und dann so Brücken rüber ich bin das gut mit so Ebenen in so Wohnungen ich bin das gut nein, nein, so Brücken rüber und dann in so Ebenen, kleine, so kleine Eben lass mal die, lass mal die eine Ebene hier sein, weil da, da fahren wir mit dem Schiff rein, du kannst nicht einfach ins Nichts reinfahren, also du musst hier dann irgendwo reinkommen lass mal die eine Ebene hier einfach, am Leben ja, aber die Seite bauen wir schon ab hier ah, äh, Martin, das war die Stelle, wo du... da brauchst du ja irgendwo zum hinstehen wenn du rauskommst, die eine Ebene lass mal hier auf, auf der Oberfläche nein, nein, das ist kacke Müll also ich wills irgendwo haben, dass man von ganz unten bis ganz oben schauen kann, innen drin naja, können wir ja ein so ein kleines Loch reinmachen, von mir aus hier so ein kleines nein, nein, die eine Ebene machen wir so nein, fertig ich kann mich einigen ich wollte das ganze machen, ich wollte das ganze machen, keine solche Zwischenebene ich... wir können uns drauf einigen, dass wir nur eine nehmen wir... lass den Haar... ganz ausschnicken guck, genau das war das, wo du... wo ich gemeint hab ja, das... warte, lass... lass mir mal dir mal was zeigen wenn wir das so machen würden, hier so irgendwie so ja, da kann ja, das hab ich ja gesagt so einen Kreis raus machen genau nein, 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 nicht so, sondern... den Bereich hier raus machen und dann das Stiegelverkehrt auf der anderen Seite und den anderen Bereich auch raus machen und dann nur in der Mitte ist hier noch so was ich hätte ihn in der Mitte raus gemacht und dann hätte flügelbereiche gelassen nein, nein, das ist nicht so gut weil in der Mitte ist... also ich find's, da haben wir auch auf beiden Seiten so ein bisschen nicht nur in der Mitte, weil in der Mitte ist das nicht so wichtig, wenn man da hochschauen kann Okay, von mir aus Ja, das ist noch mal später Für heute reicht's Du Sackisicht, du musst meine Autorität hier so durchgraben Aber Sammy hält doch zu mir auch schon, Sammy Ja Also dann, danke fürs Zuschauen Waren bestimmt so weit Ding 8, 10 oder 10 Folgen, die wir hier gemacht haben Also bis Danny Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Mit dem Sammy und dem Tobi Ciao Servus, servus, Leute Da sind wir wieder bei Minecraft Im Moment gerade noch ohne den Tobi Weil der gerade noch beim Essen ist Ich habe vorhin schon auf den gewartet Er hat noch ein Rollen gespielt und so weiter Und jetzt da er noch essen geht Kann ich es nicht mehr warten, weiter zu spielen Deshalb werde ich jetzt erstmal schauen Dass ich was machen kann Solange der nicht da ist Leider glaube ich Der hat mein ganzes Holz mitgenommen Ja, ziemlich Zumindest Ähm Deshalb werde ich jetzt erstmal Schnell zum Farmhaus gehen Und mir nochmal ein bisschen Holz holen Von dem Dschungel Ich hoffe, wir haben nicht alles mitgenommen Weil sonst hätten wir echt ein großes Problem Weil es dann ziemlich schnell weggegangen wäre Boah, ich weiß nicht, ob man das gehört hat von Facebook Dieser komische, äh Blinkton Äh Ja Ich hoffe bei allem, weil ich Ich muss jetzt mal schauen Ich hoffe echt Wenn da jetzt kein Holz mehr haben Dann kann ich mich gleich mal wieder In den Timber mal reinhauen Und äh Dann können wir gleich mal wieder in den Dschungel gehen Weil es lohnt sich so überhaupt nicht Wir stehen mit dem Karate fressen Es ist auch schon wieder drei Tage rum Seit der letzten Aufnahme Weil wir äh Soweit wir Games gespielt haben Mit ein paar Freunden von Tobi Da habe ich sogar ein Video aufgenommen Das wird auch irgendwann kommen Vielleicht ist es auch schon gekommen Weiß ich nicht Ich kann es ja nicht so Gut abschätzen Vom, äh Aufladen her Und das reicht keinesfalls Irgendwohin Das heißt, ich werde hier gleich mal die Pause wieder an Und dann wahrscheinlich doch noch auf Tobi warten Und dann werden wir mit dem Timbermatt schnell wieder farmen gehen Also bis nachher Ciao, Leute So, servus, sind wir wieder Tobi spielt nochmal eine Runde, Leute Oh, ich sehe gerade mein Schädter gar nicht mehr drin Äh Das heißt, ich werde jetzt hier alleine farmen Mit der mich hier so, äh Gemein im Stich lässt Heiß ich Ist hier irgendwie leere gestimmt Ah, ich dachte, da wäre noch ein Schungelholz Nein Nichts scheint leer zu sein Da ist die Ringstation hier Das lässt da leer sein Verdammte Scheiße Wo tut jetzt das ganze Zeug rein, ist die Frage Ich belge jetzt einfach hier rein, mir ist das voll wurscht Ich muss jetzt mal schauen, ob das auch geklappt hat mit dem, ähm Äh, wie heißt den Timbermatt Verdiene ich mal lieber mit Ah ne, Karottenbrühe ich auch noch, da nehme ich gerade noch ein paar neue Verschwung ich noch auf dem halben Weg So, jetzt erstmal gleich testen Ich hoffe, es hat geklappt Das ist dumm, weil ich glaube, ich habe den 1.2 ja gar nicht mehr Aber vielleicht funktioniert auch das hier Ja, es waren nur, äh, so halbwegs Also, die Blätter werden nicht mit abgebaut Jawohl, da brauche ich eigentlich auch wieder ewig zum Farmen, ne Ich weiß aber gleich noch, wie man das umgestellt hat Ich schau mal ganz kurz was Äh, Timbotcher Boah, wie geht das nochmal Ich schluss mal das hier OpenWolf Editor, alles doch, äh Ah, Notepad, hier Nope, das sieht nicht richtig aus Ah, da ist ein Config vielleicht Okay, und wie tue ich das jetzt hier ein bisschen eingeben Kannst du zum Schluss, oder was? Äh, äh Toll, ich starte mal kurz ne Sauberneu Ich weiß mich grad nicht, wie das funktioniert Bis gleich Also, ich hab's irgendwie nicht gepackt Das wieder auch voll zu kriegen Ähm Aber ich, äh, werde das jetzt einfach mit einem normalen Timbot machen So Also, dank der Tobe jetzt hier noch, mein LOL spielen zu müssen Der Sack Werde ich jetzt halt losgehen Losziehen Und wir, äh, das Heus zusammenfahren Ah, ich bin schon wieder mit Fatschmick Laufen Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zum Jungle gekommen Ehrlich gesagt Ich soll jetzt ganz auf der Minimap verzweifeln, ein bisschen nach Ich glaube, es war irgendwo hier Hier hinten links ein bisschen Da bei diesem Fluss Sieht bis zu links so ein bisschen auf der Minimap Und wenn es da nicht ist, dann hab ich ein Problem Aber irgendwo da hinten muss es auf jeden Fall sein Okay, es war ein See, wie es aussieht, kein Fluss Vielleicht ist der Fluss da vorn, wo man jetzt sieht Ah Das war tief, als ich gedacht hab Sehe ich mit meiner Rüstung aus? Hat die noch was? Naja Ja, okay Ich weiß, vielleicht haben wir bisher vier, fünf Rüstungen verboten, also Eigentlich geht's schon Jo, da ist das Ding, wo wir abgehölzt haben damals Wir müssen doch in unserer Kiste irgendwo rumstehen Ein paar Ocelots rumgammeln Ich hab die ganze Clip hier einfach mal weggezogen Mit dem Timmer-Mod Tobi, der wüsste bestimmt, wie das mit dem macht Das ist echt irgendwie Ich hab zwar an der Config noch mal nachgeschaut damals, wo wir es da gemacht haben Aber da kam nicht so richtig was raus dabei Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Holz ich eigentlich farmen soll Ich werde halt mal schauen Oh, wie warm, wie das aussieht auch schon Was? Das nebenan ist, wird es nicht abgebaut, oder wat? Das ist ja schrecklich Naja, aber bei dem großen Baum schon, oder? War man in dem großen? Ich war da vorne Nicht groß, aber Ja, wie Wie sieht der Baum da aus? Höh Boah Da kann ich hier schon wieder rein Achso, der hat es auch irgendwie nur so halb abgebaut Ich würde das öfteren passiert Hey, gibt's gar keine großen Bäume mehr Das ist ein bisschen weg Ich muss ein bisschen weiter nach hinten gehen Wie ist das ja auch die Idee Ja, so ein Scheiter muss hier das Ding einzeln abbauen Und alles außenrum bleibt dann immer Ja, witzig, witzig Okay, Dschungel abbauen ohne Full Timmer Aber das ist ein bisschen kacke, merke ich gerade Naja, ich muss Muss aber Wenn der tue mich da Was anderes kann ich jetzt auch nicht alleinig tun So wirklich, weil ich will jetzt nicht unbedingt weiterbauen Neu Ideen Und mointe mich bestimmt an Äh, 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 ob ich heute so anders Und so weiter und so fort Kennt ja Tobi Der so drauf ist Aber, mein Gott Ich kann hier nicht zwingen, jeden Tag zu spielen Der wird zwar heute irgendwann bestimmt noch kommen, aber Ich will jetzt auch eine Runde wieder spielen Weil ich weiß nicht, wie es aussieht Vielleicht will ich ja heute noch was anderes machen Auch wenn ich es bezweifle Aber aufnummer sicher gehen Ist ja nie ein Fehler Wie habe ich denn jetzt Überhaupt nichts eigentlich Na, jetzt muss man auch mal wieder fahren gehen Das kann man eigentlich machen Wenn wir jetzt gerade zu zweit sind Weil jetzt zu dritt Höhen und Ding Schien nicht so gut zu sein Fuck, dann habe ich jetzt gar keine dabei, ne Na, da wäre aber Kohle, sehe ich gerade Aber ich habe keine Spitzhacke mitgenommen Ja, das war natürlich nicht so schlau So, ich fahre jetzt mal Also auch, ich fahre Den ganzen Dschungel mal ab Ist ja wieder voll, habe mein ganzes Inventar Dauert ist doch eine Weile Da soll ich nicht gerade so spannend stehen Aber dann haben wir übrigens wieder Holz für eine Weile Und das wird, ja, obwohl Ich schätze mal selbst, wenn ich jetzt den ganzen